Kevin, zwölf Jahre, behauptet, ich kann mit einer Tischtennis-Trickangabe mehr Bälle über ein Netz und zurück in eine Schüssel spielen, als der siebenfache Europameister Timo Boll. Kevin und Timo spielen den Ball wie bei einer Angabe, sodass er zunächst auf der eigenen Seite aufkommt, danach auf der anderen Seite und von dort zurück über das Netz in eine Schüssel springt. Beide haben nacheinander 90 Sekunden Zeit. Wer mehr Treffer landet, gewinnt das Duell. Ich sage klein gegen groß, auf, los geht's, los! Muss man erstmal... Ja! Man muss einen guten Rhythmus finden. Der Ball darf nicht zu hoch. Sehr gut, zweiter Treffer. Aber auch eben nicht zu niederig kommen. Ja! Jetzt ist er warm. Ah, knapp. Auch nicht knapp. Ja! Leider nicht. Auch knapp. Da sieht man es jetzt. Es ist manchmal eben auch eine Millimeter-Geschichte. Nein. Das ist ja spannend. Kevin, es ist noch Zeit. Ja! Ja! Das war zu weit. Nein. Ja! Zu kurz. Zu kurz. Zu kurz. Ein bisschen länger. Noch 15. Ja! Ja! Komm, Kevin, gib nochmal Gas. Ja! Oh, ganz knapp. Zu weit. Einer geht noch, komm! Oh! Da war... Nein, der war... Der war nach... Den einen müssen wir rausnehmen. Der war nach der Zeit. Sehr gut. So, da kannst du super stolz sein. Das kann man ja auch zu Hause mal ausprobieren. Dann weiß man, wie schwierig das ist überhaupt, dass der Ball zurückkommt. Aber schon gar nicht, dass dann auch noch die Bälle in die Schuße gehen. So, jetzt holen wir den Timo. Timo! Ja. Okay. Du bist dran. Macht ihr solche Trickshots manchmal im Training? Also versucht man sich mal solche Sachen oder war das jetzt tatsächlich? Weniger, weniger. Du bist bereit? Ich bin bereit, ja. Okay, dann sind wir sehr gespannt. Wir haben gesehen, was Kevin leisten konnte. Und jetzt sehen wir den besten deutschen Tischtennisspieler in seinem Versuch. Timo, auch für dich. Toi, 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 wann immer du willst. Die Zeit startet mit dem ersten Schlag. Ui, ui, ui. Ah, auch Timo braucht erstmal den Rhythmus und muss reinkommen. Er hat auf jeden Fall eine höhere Schlagfrequenz. Das steht schon mal fest. Das ist taktisch anders vorgehen, glaube ich. Ah, noch. Hä? Ah, das heißt noch nichts, weil wenn er einmal in den Rhythmus reinkommt, kann er noch jedem Treffer landen hier. Jetzt komm, Junge. Komm, Timo. Timo, hau rein. Timo, was ist los? Komm. Nicht klar. Nee, der war. Noch 30. Yo, der war verrückt. Oh, der war knapp. Das dürfte nicht gereicht haben. Das, meine Damen und Herren, zeigt einmal mehr, wie schwierig das ist, was wir hier gerade gemacht haben. Und das zeigt einmal mehr, was das Ergebnis von Kevin wert ist. Hier haben wir unseren Endstand im Tischtennis-Duell. Hier haben wir unseren Endstand im Tischtennis-Duell. Kevin, zehn Treffer. Zehn Mal gespielt. Timo Boll ein. Es gehört aber auch immer ein bisschen Glück dazu. Wahnsinn.